das ist so schwer aber ich hatte mich festklemmen es muss umgehen ein Block Martike hab ich habe eine W-Taste festgeklemmt freundlich so dass ein Witter guckten dort 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 und hier ist es ganz schönes Leidt datten der Mario BV Mario das sagt er nicht der Zwieg er sagt doch jetzt Ami oder es ist ein ich Mario jetzt am lieb jetzt am lieb es ist ein lieb jetzt am lieb da dann ist drin er hat aber auch das andere hat aber wie geht das die komplette eine Sparbüchse mit selber zwei Millimetern Plastikrand ein Riss bekommen in die Welt das Toro die 80 Euro aber 50 in Scheine ne 70 Euro auf ach sie ist mir ja gestern runtergefallen bin ich behindert die Gane I'm gonna die buts de ziel isnt so far away Wo ist dieses Scheißboot? Ich liebe, wenn die Leute Gebäude platzieren, du dich freust, dass da Gebäude sind, reingehst und dann festst du, dass es so dumm war, die richtig zu skippten und einfach kein Luke drin ist. Nein! 80 Meter noch. Und ich bin unterkühlt, yay! Sagen wir, wir machen den mal Cut von der Folge. Ich weiß nicht, wie du hast schon die Folge jetzt. Ich mach keine Folge, Cut. Ich schneide einfach so auseinander. So. Ja, okay, das muss jetzt eh rausschneiden, also. Ich schneide sowieso nichts aus. Das hat alles 1 zu 1 hochgeladen, yay! Ja, vor allen Dingen. Fast 1 zu 1, ich trug bisschen was zusammenschneiden. Aber rausschneiden? Nääääh. Oh, ich hab fast keinen. Alter, gibt es jetzt mein ganzer Schreibtisch im Hintern? Lass. Kurz und kündig. Sekunde. Also kurz hier. Sekunde. Oh yeah. Sekunde. Gut. Dann wollen wir schauen, ob jemand in Cernogorff ist. Any 1 in Cernogorff? Du? Das hier zu schreiben müssen. But friendly, bitch. Und das wäre richtig geil. Richtig geil. Ich mach mal kurz hier den Marker weg. Der nervt mich. Der irritiert mich. Und das ist der Hafen. Okay, komm ich da vielleicht hoch? Ich will das, Chef. Weiß ich, wie man das schreibt. War ja klar, aber... Bestimmt, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich, ich nicht gut in Englisch, hey. Bayer Clover. Bayer Clover. Bayer Clover. Bayer Clover. Black Storm Mask. Sturmmaske. Black Storm Mask. Das ist Englisch. FIGHT. 's. FIGHT. Ja, schau dir, wie海 güç PhIGHT geschrieben hat. Ja, der ist aber nicht hier, der ist, der ist gar nicht nach in Cernog. Hm? Wir, die einfach immer, immer wieder geknäht wird auf 5,0, 5,0, 5,0, 7,4 Meter. Ich bin vorhin auf 174 Meter gekillt worden, glaube ich, so aus dem Dreh. Oh Gott, das Boot sieht aber nicht gut aus. Na, wann hat Scherner ne Schule? Kann das sein, das Charakter, wenn sie unser cooles komische Bewegungen im Wasser machen? So, das passt schon, meinst du? So, äh, äh, koppel! Meinst du was? Oh, ich hab schon wieder ne CZ. Finde ich cool. Der kranker Hau, äh, kranker Häuser. Oh, oh, das ist ein Spieler. Oh, das schießt die auf mich. Der kommt, der will mir helfen. Oh, er schießt auf mich. Der Röhrer gilt bei, Kalum, Kalumstu. Kalumstu. Kalumstu, also Kalumstu, also Kalumstu, wenn du tot, äh, wenn du Deutsch wirst und das du siehst, du bist nicht nett. Mhm. Kann man mit ner AK-74 über 316 Meter jemanden töten? Was soll ich das wissen? Das grenzt an, das grenzt an physikalisch unmöglich. Ey, Jan! Let's verbarrikadieren hier. Wusstest du schon, dass die deutsche Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo heißt? Öh. Oder das, Sekunde. Unnützes wissen. Ja, Mann, hab ich so'n geilen Kalender. Oder das... Warum hast du mein Fallschirm nicht? Ah, der hat sich geöffnet. Ich stehe vor Panik, äh, Fallschirm! Was weiß ich diesmal? Hä, was weiß ich diesmal? Eine Double Barrel Shotgun, ja, danke. So, oder das, ähm... Oh, yeah. Weißt du, was das lauteste Tier der Welt ist? Deine Mutter. Ja, das auch, aber... Nein, äh, Tier. Achso, warte, da hast du ja recht, ähm... Nein, ähm... Ne, jetzt sag, was denkst du? Hm. Lauteste Tier. Mhm. In... In Relation zu Körpergröße. Achso, ne Maus. Ne. Ne Ruderwanze. Der Ruder, eine Ruderwanze? Ihr Zirpen entspricht dem Geräusch eines Lastwagens. Da fuck? Ey, Junge, leg dich nicht mit mir an, ich kann Lastwagen zirpen, Alter. Das Wort Ohrfeige kommt vom Niederleischend-Wort Fegen, aber mit V. Für Fegen, beziehungsweise Wischen. What the fuck? Wer findet sowas raus? Äh, äh... Aber der, äh, deswegen heißt du, bekommst eine gefegt. Ach, läuft, Alter. Zwei eigene Zwillinge können verschiedene Fäte haben. Oh, yeah. Äh, 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 sei gebohrt. Äh, 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 äh. Da konnte ihm wohl jemand den Mund nicht voll genug kriegen, ja? Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Ja. Typisch Russland so wieder, ne? Hier typisch Russland. Biergalt bis zum 20. Juli 2011 in Russland gesetzlich nicht als alkoholisches Getränk. Geht halt bei denen, ne? Läuft. Aufgrund großer Nachfrager, die deutsche Zentralbücherei für Blinde, ein... Was ist das für ein Wort? Kamasutra mit Reliefs zum Ertasten herausgegeben. Oh yeah, ich hab richtig bosshaften Skin gerade. Ich hab so'n Special Forces Skin mit so'ner Atemmaske. Läuft. Läuft bei mir. Rischtschart, ach, dachte ich zu hoch. Ich hab ne 1911 Clipper mit nem Schalldämpfer. Warum steht hier ein Tower an der... An Bahngleisen? Na, alka! Ah! Wie bin ich über... Ich alter, ich bin ganz links am Rand der Map. Jetzt bosslike. Was ist da gar keine Dingens? Keine. Oh, was ist da drin? Was ist da drin? Oh, worauf kann ich hier zugreifen? KIA! AK! M1014. Neh mich mit. MRE. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.